Willkommen zurück zu SlimeRanger, ich wünsche euch viel Spaß, bitte Folge. Die positionale Plot, für mich ist das nicht wunderbar, so. Dann gehen wir den Plot hier noch verkaufen. Also verkehrt kriegen wir leider nicht dafür, wie gewünscht. Wir haben schon wieder einen Erfolg gemacht, nice. So, dann gehen wir mal eben in das Gebiet jetzt hier. 10.000 kostet das, was? Okay, statt das kostet genauso viel wie die anderen, ach du Scheiße, dann kriege ich das ja niemals. So ein neues, noch ein neues Gebiet gibt es glaube ich nicht, ne? Oh, schon ein bisschen Bredouille, würde ich sagen. Shit. Da muss ich echt mal eben Geld verdienen hier ordentlich, ne ordentliche Menge. So, leider kann ich auch kein Hühner oder so verkaufen. Okay, oder ich mach hier eine, ne gut, ich mach da echt die eine Rübe für die Zwiebel dann gleich. Hab ich eigentlich, ah, hier, die hab ich auch noch nicht gemobbt. Ich bin halt in dem Kopf. So, das ist ein bisschen da, können wir bleiben. Jetzt im Phosphorus, neun, okay. Der Tag neigt sich auch schon wieder dem Ende zu. Uiuiui. Bäm, 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 bäm. So, naja, 3800, also fast 4000 haben wir jetzt schon. So, da kannst du die Chugwefer holen, den wollen wir jetzt auch einfach mal jetzt, so. Das haben wir uns alles schon gegönnt, wunderbar. Äh, wir gehen hier rüber. So, vielleicht ist das Herzding schon weg und wir können da was Neues anbauen. Hm, ne, doch nicht. Okay, da kommen auf jeden Fall neue Früchte, da kommen auch neue Früchte, wunderbar, wunderbar. So, oder wir machen hier auch mal Upgrade. So. Zack, meins. So. Früchte hier in der Natur finden einfach. Das geht ja alles. So. Was sieht das denn hier aus? Hier ist alles. Wunderbar, okay. Ich habe gerade meine Zwiebel verballert. Oh, da ist sie. Uiuiui, ich dachte ja das schon. So, uiuiui. Shit, ich brauche so viel Geld. Ich brauche viel zu viel Geld, hä, dafür. Für die Rancher weiter rum. Ups. Entschuldigung, die kleinen Slime. Es tut mir really, really leid. Also jetzt nur das. Pinker Plot, den brauchen wir nicht. So, radioaktiver da. So, gut. Jetzt müssen wir echt Schritt für Schritt hier vorkämpfen, oder was, mit dem Geld. Ist natürlich auch nicht so geil, wie ich finde. Wir machen fast 4000 jetzt. Wir gehen mal schlafen. Zack. Kikariki. So, zur Ranch. So, wir haben noch mal ein wenig Karotten jetzt hier. Ja, einiges an Karotten hier, schon mal. Okay, dann machen wir erstmal hier. Bisschen leer. So, dann können wir die Rastition-Karotten mitnehmen. Da kommt schon. Also das ist auf jeden Fall hier sehr produktiv, muss man mal sagen. So, zack, 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 zack. Na, kommt her. Ihr Frischchen hier. So, die Karotten können wir behalten, theoretisch. So, die sind ja voll. So, wir haben den Brachneiden voll hier. Was mit euch? Ist ja zurückgeleer. Okay. Machen wir mal so. Gut. Hier haben wir auch noch was zu spüren, ja. Kannst du mal eben den hier... Raus machen, bitte. So. So. Machen wir jetzt hier alles vielleicht. Hups. Ob ich jetzt alle Nahrung weg, ja, endlich. So, dann haben wir hier Karotten rein. Da ist halt eigentlich Frischderei noch, ne? Egal. So, da sind auf jeden Fall schon mal neue Dinger dran. So, der Baum. Ich weiß nicht, ob der noch gut oder schlecht ist. Kann ich nicht beurteilen. So. Dann mach ich jetzt mit meiner einen Karotte hier. Dann mit meiner besonderen Zwiebel hier. Ich weiß nicht, ob ich das nicht wohin damit. So, dann tun wir einfach mal da hin. Ich hoffe, die bleibt dann verliegen. Jetzt muss ich bis ich hier fertig bin. Okay, Medi-Pack ist weiter. Perfekt bei Aua. Okay, Rüben hier. Die haben auch noch ein Kühlchen hier, by the way. Stimmt, ja. Oh, sind beide leer hier oben. Ups. So, beides Herzdinger hier. So. Nehmen wir was mit dem pinken Plot mit. Wo ich auch mal stehen jetzt zuerst gewählt habe. Ich weiß es nicht. So. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Geld. Ganz, ganz viel Geld. So, kann ich hier noch in den pinken Plot abfarben gehen? Ich denke, wir brauchen nur noch acht Kühl. Ist ja okay, ne? So. So. Aber von meinem nur die pinken Plot hier. Aber da ist ja schon schon viel zu viel dran, oder? Ah, okay, egal. So. Feuer frei. So. 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 Es regnet Früchte. So. Guck mal eben hier noch die Früchte, aber dann könnte ich mich auf die Früchte nehmen und einfach mal den großen Slime mal füttern. So an dem Humor habe ich kein Terrasse. So, so. Gut, dann das, das, das. So, dann kann ich hier noch meine spezielle Zwiebel mal endlich anpflanzen gehen. So, ich habe keine Energie mehr, Scheiße. Ist das schon geballert? Alles klar, der fliegt einfach da auch nach oben. Äh. Da ist mal eine spezielle Zwiebel. Gottzudeck noch gefunden. So. Spezielle Zwiebel. Da rein mit dir. So. So. Und wir müssen jetzt mal eben. Aber wir gehen jetzt mal eben, weil wir das können. Äh. Mieze Katze. Zurück in dein Gehege. So. Dann suchen wir eben schnell nochmal die Katze auf hier. Die kleine Kitty. Und dann. Gehen wir hier noch weg, das leckeres zu essen. So. Die war, glaube ich, hier irgendwo. War die hier? Wo war die Leute noch da rüber? Ich weiß es. Und hier war sie genau. Genau hier war sie. Hallo. Ah, das magst du besonders gerne. Gut. Ist hoffentlich bald voll. Jo. Ist jetzt schon voll. Nice. Oh, wir kriegen noch einen Schlüssel. Nice. So. Was kommt hier? Hühnchen brauche ich nicht. Okay, gut. Die Kapsel kann man nicht aufmachen. Schade. So. Da müssen wir nachher jetzt hier wieder rüber. Entkommen. Ich erinnere mich. Oder wir machen hier auf. Oder? Ich wollte eigentlich da hinten. Äh. Wir laufen erstmal zurück. Wir gucken einfach mal, wo wir. Von dem Standardding aus am besten finden. Äh. Hinkommen. So. Wasser könnten wir auch nochmal mitnehmen eben. So. Hier ein bisschen Gemüse. Kann ich auch noch mitnehmen. Wir brauchen erstmal ein bisschen Wasser. Für unseren Wasserplatz. So. Dauert ein bisschen lange immer. So. Die Ketzer. Hatten wir auch. Der hat noch einen Teleporter eigentlich gehabt. Was von dem Teleporter. Kommen wir schnell daheim. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Wir gehen die ganzen weg jetzt hier. Vielleicht kriegen wir noch was gesammelt. Die. 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 So. Hier sehe ich da z.B. ein paar Früchte. Können wir mitnehmen. Oh. Wir haben schon. Pogo Früchte voll. Ok. Schade eigentlich. Aber gut. Hier haben wir die Pogo Früchte halt voll. so, hier haben wir auch nichts das wir nehmen könnten, ne doch, die Karten können wir nehmen so stimmt, wir haben auch noch die eine da mit den einen dicken blauen den wir noch aussammeln müssen den wir befreien müssen und dann haben wir noch den radioaktiven was mögen die radioaktiven denn da mal das sollte ich auch mal herausfinden aber das ist viel zu heraus zu finden so, der Baum geht irgendwie nicht kaputt aber der macht auch nichts mehr irgendwie hab ich das Gefühl so wir haben auch nur die Karotten rein so, hier Pogo Fruchte Fruchte, Früchte, so so, raus machen wir das Mimps auf so, hier haben wir noch genug drin die Baum wachsen noch äh, hier, haben wir hier auch mal die Pogo Früchte rein so, die nehmen wir einfach jetzt mal mit hier na komm kommt raus Papa will spielen aber die könnten eigentlich auch alle noch upgraden hier, ne ei 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 aber auch einen Platz für neue Slimes das ist mein Problem so, darum muss ich mich erst kümmern vom dem Platzproblem und das Platzproblem so aua, aua so 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 viel blauer Pot hier kackt so schön viel ich weiß nicht, ob das reicht ich muss erstmal so mal schauen, ob das reicht ich weiß natürlich nicht, ob das reicht so 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 ich weiß nicht, warum ich schon mehr Grün rausgekult habe als Pink aber ey das soll mir recht sein oh kann ich hier gar nicht aufheben scheiße äh, erstmal zurück oh, schon wieder ein Abend hier so der geht auch immer weiter runter mit dem Preis der Pinko bleibt immer ständig, komischerweise und der Grün, oh, der Knall geht wieder hoch nice warum liegt jetzt hier? ich verstehe jetzt einfach nicht, warum der Plot von denen überall liegt nur nicht in deren Gehege so alles aufheben hier der hat vieles Ressourcen hier vor allem, ähm heute im Angebot, ne kriegen dafür mehr so so so, hier euch geht's aber gut gut und zu viert könnt ihr auch gerne da drin sein das ist das finde ich sehr nett von euch dass euch das nicht stört so so machen wir nochmal ein bisschen pinken Plot raus so dann verkaufen wir nochmal hier so dann werden es noch 2000 dann können wir das Ding freischalten aber mal noch hier noch ein bisschen Geld zu sammeln so 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 ich muss am Ende ein bisschen mehr sein sollte sogar ich würde mich das nicht stören dann kann ich mich noch direkt ein Gehege bauen und so oh nice 9000 schon mal so nehmen wir hier die Karotten mit irgendwie überall rumfliegen hier ich verstehe nicht warum haben die irgendwie ihr eigenes Bewusstsein dass sie irgendwie laufen können oder so ok jetzt nehmen wir die Karotten weg warum auch immer hier kommen nochmal Karotten rein so wie sieht es hier mit dem Karottenstand aus 90 haben wir noch hier was ist der Dicke oh hier haben wir jetzt hier Phosphorplatz hoffentlich ist er noch gut im Verkauf so ich auch nochmal mit Däsch hier ok der Mietsteam ist egal so zack 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 oh der ist sogar ein bisschen mehr wert jetzt und der Phosphor 21 können wir dafür nice money rein jawohl aber für ein neues Gehege reicht es nicht soweit ich das gesehen habe aber egal wir können die Ranch erweitern machen wir doch direkt mal bitte Ranch erweitern kaufen so dann schauen wir mal Slime Wissenschaft ja das haben wir nämlich jetzt auch Slime Wissenschaft das weiß ich gucken wir uns mal eben schon hier um aber wie viele Dinger gibt es denn hier so wir haben hier eins zwei drei vier fünf fünf Gehege haben wir jetzt hier und dann haben wir noch das hier aber dazu kommen wir irgendwie später mal hier ist keins ok da kann ich hier vielleicht ein Gehege bauen schon Gehege 250 dachte das passt sogar nice wir können die hinten Schäle auslassen was fresst ihr denn Gemüse ok so und hier kommt wo sollten wir jetzt eigentlich hier hin kommen genau gut schießt schießt ganz weit voll schubs sorry oh hier ich krieg euch nochmal schön viel Wasser so viermal Kaka hoffen nice so der hat nichts eingesogen das weiß ich eigentlich auch nicht oder ne das ganze Essen blockiert den Sauger ja wir gucken uns hier Raffinerie doch an ja nur nicht jetzt halt so wir brauchen auf jeden Fall Geld und Nahrung für die auch noch äh so gut es gab leider nicht so viel Geld wir gehen einfach mal schlafen jetzt so müssen wir auch schlafen war zwar kein langer Schlaf aber ey so gut wir brauchen Nahrung wir gehen jetzt mal auf Nahrungstuch hier so bämm 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 so die Frischsteine noch am Bau ist ja vollkommen legitim so so nahrungstuch ein paar Karotten das ist nicht mehr Urst ok irgendwo hab ich die Karotten rausgekriegt äh ich versteh nicht warum ich aus dieser komischen Zwiebel Karotten kriege aber hey was soll's kann ich hier aber eigentlich auch für die Karotten einpflanzen ne by the way wäre eigentlich ne Idee so sieht's bei den Karotten hier eigentlich aus okay schon wieder voll hier nice so und von dem Walsh mal hier erstmal auf das passt auf jeden Fall dicke und hier kriegt auch noch genug ab dann haben wir hier noch jede Menge Probefrüchte so Probefrüchte Klammer ist Mäusche voll was ich heute machen könnte ist ich verschüttere an die die Slime Plots die pinken wir werden jetzt auch alles fresse da kann ich ihnen alles geben was sie wollen oh was machen die denn da hier wird dann mal pink sieht ja ganz cool aus kriegt ja auch hier Probefrüchte so oh oh das passt ne höhere Wände 350 ich muss Geld machen was ist das denn hier kann ich hier aufmachen okay ich muss gern schnell Geld machen ich muss gern schnell hohe Wände bauen sonst dann gehe ich mich überrand so Energiemodul verfickbar okay wunderbar danke 22 für den sind auch preislich geblieben wunderbar jetzt erstmal direkt hin und hohe Wände bauen müssen wir nicht ausbrechen da können wir hier rumhüpfen äh höhere Wände kaufen fangen jetzt da haben wir nicht genug so die haben direkt hier ein paar kristalle ich bin nicht weiß hau na geht er rein ouch aua die tun mir ganz schön weh hab ich jetzt die ganzen kristalle ich glaube ja ich möchte was die uns an Geld bringen dann kann ich mich das gehe direkt upgraden komplett dann haben wir das auch erledigt und hier wächst nichts mehr hier wächst nichts mehr okay dann baue ich echt mal die komische Zwiebel an einfach was kann ja da sind auch Karotten gut so dass wir passen so was haben wir denn da 73 uiuiui oh und der Pinker Plot ist billiger geworden schade 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 gut dann gucken wir uns mal hier eben schnell Pinker Plot das haben wir schon Pinker Plot Pinker Plot Pinker Plot so und du noch hier fast vor kurz so ne ich hab schon nirgends sowas genau so Pinker zack so wunderbar 2600 dann wird es ein Geld dann wird es schon mal sagen dann gehen wir direkt mal hier hin und machen Funnet Platzsammler und ne Futterstation so naja dann gucken wir doch mal in Slime Wiki noch Slimes Kristall Slimes äh Slimes gefährdet sind aber die haben irgendwie nicht stand das irgendwie bei Liebling kein ok Slimeologie sie hat ne Spezies dieses Slimes äh das ne ok flitzen sind in Sachhaltung kein Risiko sie brauchen nur ein äh gutes Stück ordentlich und ich denke sie braucht Süßwasser ok ok aber wo stand das denn zum Beispiel die hier die können ja nur bei Nacht ah da haben wir achso die haben wir noch nicht entdeckt die Lieblinge oder wie so äh ok ich bin gerade falsch ups hier würde ich gucken müssen so steht denn hier irgendwie was dass die in Dacht nicht im Finden sind eigentlich dunklen Ort ja Menschen müssten sie entweder vor Tags einem einsaugen oder ah ok aber die Kreuzungen was ist eigentlich mit denen Wilde Slimes Goros dann sind sie so diese großen ne Lago mehr zum Liebhaben ok Ressourcen da müssen wir auch noch einiges entdecken wie es scheint ja Ranch da haben wir auch alles die Welt ok da haben wir noch ein Ding nicht entdeckt ok Slime Wissenschaft na das kommen wir später zu beziehungsweise da könnten wir jetzt so kommen mal wo ist denn eine Fitterungs gebe ich euch mal Färbeeren hier und hier so so dann gucken wir doch mal jetzt hier so hier könnten wir können wir das Plots reinschmeißen mit dem Plots können wir hier das herstellen und hier können wir gegen Geld neue Technologien lernen alles klar gut äh kann ich irgendwie das nicht machen können nicht mehr entnehmen werden ja ich weiß ich kann die Technologien nicht mehr entnehmen das weiß ich also da kann ich da hinten theoretisch noch mal notfalls eine Farm machen noch zusätzlich zu denen hier zu denen hier wollen wir jetzt hier die zwei Früchte lagen ich weiß es nicht wir bedienen uns einfach mal jetzt hier so zack 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 so einer mit dir so ach ihr kleinen Fetzenschleime ihr produziert mir aber so viel Plot ey das ist ja schön sooo dann gucken wir mal eben hier noch hier kommt noch ein bisschen ok der sammelt nichts gar nicht wo ich sammelt der auch nicht ok so der produziert da ein bisschen was der produziert auch so was kostet mich denn das Zeug hier so das kann ich hier einfach mal reinschmeißen aber den schmeiß auch noch hier rein das ist noch relativ günstig erst wenn der so bei 6 ist würde ich den dann verkaufen einstreffen würde stepp so 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 noch mehr lang mhm 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 woi wie viele häne haben wir denn hier WTF mhm 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 So So Da ist noch ein paar Karotten Ah hier sind keine, hier noch mehr? Ne, ok gut Schöner hier noch einen Hunde, da Und hier haben wir noch Karotten Und kommen hier die Querbären, nehmen wir auch mal mit jetzt Ich meine jetzt fallen sie doch hier runter So hier haben wir sonst keine mehr, ok die lässt nur liegen So die lassen wir einfach mal da ran, so Das ist Designblendung, geht mal auf den Sack So, wo haben wir hier noch? So Äh, so So, Karotten So Dann kommen wir mal hier rein, so Hier habt ihr eigentlich auch noch genug So So Die sind auch schon reif Ach du Scheiß So Ich geh erstmal jetzt hier und bring erstmal hier die Die Ich bin da weg, ich will jetzt nur sie, kriegen die mal was zu futtern So So Hier fassen wir eher los Wunderbar Wunderbar Ich hab immer noch den einen Schlüssel hier mit dem wir nix machen nix gemacht haben So 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 Okay zack 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 so 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 dann tun wir hier noch karotten reinschmeißen so wunderbar so ist auch alles voll hat meine maus loshilfe so hier so was habt ihr dran ihr habt noch ein bisschen herzen vor mir so die frage ist brauchen die noch welche ich weiß nicht so wir gehen genau wir gehen jetzt erstmal noch hier drüber eben einsammeln so dass ich diese markierung weg geht das bringt ja gar nichts so 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 ich habe den einen da schon da raus geholt deswegen muss ich den auch mal hier machen das ist ein bisschen money 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 so wir mal ein bisschen money so gut dann liegt hier doch nichts rum ich dachte da liegt was was haben wir hier die komplett so ich mache jetzt einfach mal die pinken plot da rein damit es nicht Ruhe gibt das ist mich doch schon ein bisschen nervig finde ich so gut haben wir es jetzt kann ich das bitte mal weg machen herstellen kannst brauchst du ressourcen jetzt haben wir jetzt müssen hier neuling pumpe neuling pumpe ok was macht der woher durch hält ein zyklus ok da brauchen wir noch ein bisschen plot für so könnte es sagen ha geräte modus ok cool also lass mir den verzimmeln geräte platzieren ja ok ich weiß bescheid spiel bitte lass mich jetzt spielen oh die sind immer ein bisschen teurer geworden hier nur eins alles meins so da kommst du natürlich nie wieder rein wenn du leer bist bist du auch weg du bist auch weg sooo kann ich auch nochmal auf 100% machen wow sooo kann ich auch noch nicht so viele hühner frei rum verstehe ich nicht so ganz sooo natürlich ist das ja auch kaputt das passt auch von dabei du bist auch vollkommen geupgraded so duja Upgraden komplett und jetzt habe ich aber hier noch zu viel stuff dabei eigentlich ganz viele karotten habe ich ja ich brauche mehr ich brauche mehr mehr hier für verkaufe sooo das ist auch schon voll ich weiß noch wie hinten welche rein jetzt den haben wir noch hier können die zum Beispiel rein ok welche habe ich hier drin ich habe die Pogo ne hier habe ich keine drin so hier kriegt hier eine ausgewogene ernährung so der ist auch noch aber die kann ich auch noch upgraden direkt kaufen 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 aber für den reicht es dann nicht mehr schade aber gut den äh Slime Schutz den brauchen wir nicht unbedingt das muss man ja dazu sagen soo hier haben wir noch ein bisschen Plot ok ich glaube er soll den Plot einscheinend nicht fallen lassen einmal aber sonst verschwindet der einfach shit der hat einfach Plot verschwendet nein oh radioaktives Zeug nice so ein bisschen pinkes Zeug noch ups so so jetzt schauen wir euch auf die Tafel aber nur fast können wir auch jetzt schon mal ein bisschen vor dem Plot zack da reinhauen eigentlich in die Fabrikator in den Fabrikator so zack 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 sooo was sagt denn das Geldding hier Paddel radioaktiv kostet 28 das sind alle runter gegangen ach man warum hab ich so ein Set live das alles runter geht hier äh falsche Richtung dann können wir die einfach jetzt mal da reinhauen und vor allen Dingen machen die hier Dick Party alles klar äh ne vor allen Dingen können wir dann mal eben ne Pumpe bauen ne Pumpe bauen so können wir jetzt ne Pumpe hier bauen ne fällt uns immer noch Plots für ok ok so dann müssen wir die mal hier rein so gut so dann müssen wir die Plots zu nehmen ernten so viele Plots so sollten wir auch dann haben wir alle Plots die wir momentan haben ich weiß auf jeden Fall es gibt noch zwei weitere äh Slimearten das weiß ich auf jeden Fall die haben wir noch nicht entdeckt werden wir aber noch die Frage ist heute noch ran so dann hauen wir die auch nochmal da rüben rein machen wir zwar gerade kein Geld aber wir kriegen jetzt diese nervige Benachrichtigung weg wie viele Hühner da einfach hänge so so jetzt noch ein bisschen was die bohren können da fabrizieren fabrizieren so gut Baumodus installieren 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 so so rund lang der abwürfe blicken in der Slime-pedia ok machen wir mal da haben wir es Baupläne Hilfsmittel ok Dekoration hab ich gemacht so und jetzt haben wir hier einen Timer und wenn es 22 Minuten kriegen wir dann einmal was da raus 22 Minuten geht das ungefähr einen Tag ich weiß nicht genau oder ich bin mir sicher ich weiß nicht so hier haben wir alles kann ich auch mal schlafen gehen ne kann ich auch mal schlafen so bis zum morgen oh wir haben sogar verschlafen sieht zumindest aus so hallo Welt so dann nehmen wir hier ein paar Sachen mit zack zack sehr schön so dann auf nach hier rüber so kein Problem Karotten nehmen wir auch alle mit natürlich hier die Früchte Früchte, Früchte, Früchte so 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 zack 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 so wurden wir hier jetzt habe ich jetzt ein Huhn noch hier drunter ne rein damit hier so immer noch ein paar Karotten wunderbar so Boing! So, Karotten! Ich pass aber hier mal ein paar rein, ich pass die Idee rein. So, Pokerflüchte für euch! Wunderbar, wunderbar, los, alles muss raus, alles muss in meine Tasche. So... Ich glaube, die haben da hinten genug, oder? So, Timo für ein Fall genug, dann... So, ich krieg dir die hier. Ihr habt noch, wunderbar. So... So... Okay, wir kriegen das raus. So, ihr wollt eigentlich nur mal die Herzdinger, ne? Ihr wollt Herzdinger. Dann sollt ihr Herzdinger bekommen. Hm... So... So, Anno... So... 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 Dann schauen wir doch mal, was uns das heute einbringt. Ich hoffe 4. So... Der hier bringt uns schon mal wenig ein, schade. So... So... Der pinke Plot ist gleich geblieben. Der ist auch noch runter gegangen und der ist auch wieder runter gegangen. Schade, schade. Und der Wasserplot auch. Oh... Alles macht die Minus. Das ist dann schon ein bisschen kacke. So... So, die mache ich schon mal speziell, weil der ist immer ein bisschen mehr. Genau. Ich werde natürlich noch meinen Wasserplot hier haben. Ich habe mich gerade so ein bisschen... Äh... Ich kann irgendwie das Wasser raussaugen. Da kann ich ja eigentlich eigentlich so nicht gesehen. Nennt nicht Wasser jetzt bei denen? Mich immer interessieren die Frage. So, hier scheint er noch zu produzieren. Wunderbar. So, wir verdienen uns hier ein bisschen Geld mit. So... 2500 haben wir jetzt. Wir können hier auch noch bisschen was machen. So... 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 Gut, so... Dann werde ich eigentlich überlegen, ob ich die Hege einfach hier komplett upgraden soll. So... Hier können wir eh nichts machen. So... Hier... Wenn wir schon auf komplett. Hier kann ich noch das Slime-Dien dazu bauen. So... Hier... Kann ich noch Musikboxen kaufen und Solarschutz. Und nun mal... Noch mehr Schutz. So... Jetzt können wir noch hier machen. So... Gut. Wo sind die... Ach, da sind die Boxen. Wo sind denn die Boxen eigentlich? Wo sind denn die Boxen eigentlich? So... Hier haben die Felder auch alle komplett gearbeitet... Ne... Gearbeitet. So... Dann haben wir echt... Echt... Nur noch... Dann haben wir echt eigentlich alles jetzt geupgradet. Ja gut... Wie gesagt, hier noch ein bisschen komplett. Aber hier braucht noch was. Hier kriegst noch ein paar Musikboxen ran. So... Hier... Hier... Musikboxen... Hier haben wir auch noch Musikboxen ran. Und der kriegt ja auch ein... Netz hier oben drauf. So... Da kriegst du nochmal ein Netz. So... Dann kriegen beide... Und wir brauchen eigentlich noch beide einen Sonnenschutz kriegen. Dann haben wir die Gehege auch alle... Fertig. So... Ja... Und jetzt... Ja... Gute Frage. Nächste Frage. Wir müssen eh noch eine weitere Gehege bauen. Stimmt... Ja... Das hat ja... Ja... Ich glaube... Ich mach hier an der Stelle mal... Einen Cut. Nächste Belastung... Zukunfts Video... Was hier noch abgeht. Wir haben auch noch einen Schlüssel, den wir noch bearbeiten müssen. Aber... Das sollten wir erstmal jetzt erreichen. Also... Das war eine Folge Slime Ranger. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein... Ciao!